Oh ja, ach du fettes Dickscheiße, in der Luft hat er mich. Ja, aber für die Polz. Ich glaube, ohne echt den Geldkapp zu knicken. Bleib am Leben, bleib am Leben, bleib am Leben. Ja klar, geht's doch. Ich krieg dich doch. Ich werde eigentlich gekossen. Nein. 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 Scheiße. Scheiße. Ja. 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 Oh Gott. Ja, das kannst du doch sagen. Ja, zu zweit. Normalerweise sollte man nicht zu dritt sein eigentlich, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ich meine, der ist schon gut mit seinem Level Top stehen. Wenn mir das will, will ich nicht dagegen sagen. Aber... Es ist halt einfach schrecklich, dass er hier fehlt als einfach noch ein Mann. Ich glaube, das ist schlimmer. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 What the hell? Oh my God! I don't know what the game is, but I can't say if it was easier, but I don't know the game again. I don't know what the game is, but you only came up to level 8. And, yeah, just a little bit of a moon session. That's it, actually. More there wasn't. I don't know what the game is. I don't know what the game is. That's it. That's it. Wir kommen wieder. Ja, hatte man am einen Tag dort, genau. Das ist ja das Schlimme. Das macht echt null Sinn. Ja, siehste. Ja, das Hausjürgen. Mann, das ist ja so ein Kotzen. Oh, ne richtig in die Gruppe kannst du vollknicken. Warte mal, Freunde einladen. Was spielt denn eigentlich alles? Einer. Oh. Haha. Macht's ja voll Sinn. Ja, das ist halt so ne Sache halt. Jo, Pixie King, bis nachher dann. Tü tü. So. Jetzt. Hm. Moond. Ich mach mal Venus weiter hier. Mach's kannst kannst. Ach nee. Ab in den Rift, meine Damen und Herren. Da müssen wir die Erwachenen holen. Von der Story. Neue Welt. Ja. Ja. Na ja, was will man die ganze Zeit machen, wenn man da und hat nur noch Dings-Hub-Level-8 ging nichts mehr. Und dann macht man halt nur noch Patrouillen-Aufträge und ja, die ganzen anderen. So. Wir kommen im Rift. Rift. Wo kommt das alles her? Während des Untergangs flohen alle die Konten von der Erde. Bis hierher haben sie's geschafft. Und aus Anwohlen. Der reine Friedhof. Wie haben die Erwachten überlegt? Das weiß niemand. Einbringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen. Sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Lecken. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? Nein. Äh. Dubsax Games. Äh. Ich hab bis jetzt noch nicht eine einzige Gold-Truhe gefunden. Ich wüsste nicht mal wo. Ich finde ja so selten Drohen, dass es echt manchmal zum Heulen ist. Ha ha. Ich bin nicht so dieser parece graf eigen und kann nicht richtig leben wollen. sooo... Das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Ja... Musst es mir zeigen, wo. Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Gefallene. Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung, Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Das ist ein Blut. Wie ist das? Das ist ein Blut. Das ist das, was ich. Das ist ein Blut. Wie ist das? Das ist gut. Das ist gut. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vex-Tor-Lords. Ein Tor-Lords? Ähm... Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch Karangeln. Aber nur so kommt ihr in den schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder sterbt auf der Venus. Egal. Okay. Ein Vex-Lord. Interessant. Gut. Alle auf der Erde. Ja, warum nicht? Ich habe eigentlich nichts dagegen. Ich muss nur sagen, wo ich anfangen soll. Ah, neue Mission. Auf der Erde. So. Fangen wir mal an. Wollen Sie mir denn helfen? Bevor ich hier anfange. Da-da-da-da-da-da. Alles klar. Auf geht's. Ups. Ach, war so richtig. Was mache ich denn? Patrouille der Commodores. Starten. So. Auf der Suche. Auf der Suche. Ich brauche ich mich nicht.